Ich möchte dir heute einmal den Unterschied zeigen zwischen einem Driver und einem Eisen 7. Klar sind unterschiedlich lang, haben unterschiedliche Winkel, das wissen wir alle, aber um welchen Unterschied es geht, ist der wie die Hände im Treffmoment sein sollten. Und da sehe ich oft immer wieder große Probleme, die entstehen. Mein Name ist Markus Bruns, ich bin PGA Golf Profession im Golfclub Sieke bei Bremen. Und der Driver ist ja, ich glaube, ist unser Lieblingsschläger, den wir in der Tasche haben, der von den meisten Golfern auch gerne auf der Driving Range benutzt wird, obwohl er auf dem Platz gar nicht so oft angewendet wird. Und oft kommen die Leute zu mir ins Training und sagen, ja, ich möchte gerne den Driver trainieren, weil ich immer das Gefühl habe, oder nicht nur das Gefühl, sondern weil ich auch sehe, dass ich den Ball als Rechtshänder immer nach rechts slice oder halt dann als Linkshänder nach links. Und es kann immer mehrere Gründe haben, warum man einen Ball slice. Ein Grund könnte sein, dass die Griffhaltung nicht ganz ideal ist, dass zum Beispiel nur ein Knöchel zu sehen ist, wenn man oben auf die Hand guckt. Dann sollten auf jeden Fall erst mal zwei bis drei Knöchel zu sehen sein. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Schwungbahn beim Drive zu sehr von außen nach innen verläuft. Also, dass die rechte Körperseite den Abschwung einleitet und alles nach vorne wirft. Daraus resultieren Treffer hinten an der Hacke der Schlagfläche beim Driver und die Bälle kurven dann von links nach rechts weg. Ein dritter Grund und auf den achten wirklich die aller allerwenigsten Golfer ist folgender, dass im Treffmoment die Hände zu weit vor dem Ball sind. Und zwar, wenn man jetzt genau hinschaut, stell mich mal richtig hin und ich simuliere jetzt mal die Hände im Treffmoment vor dem Ball, dann sieht man ganz deutlich, dass mein Griffende an meiner linken Körperseite vorbei geht und dass die Schlagfläche extremst geöffnet ist. Und wenn ich den Ball schlage, dann kurft er ganz weit nach rechts weg, weil der Schläger gar keine Chance mehr hatte, sich zu schließen. Und da ist der entscheidende Unterschied zum Eisen. Wenn ich jetzt das Eisen 7 schlage, ich lege jetzt hier mal den Ball auf den Boden, stelle mich an den Ball. Wenn ich den jetzt schlagen würde, würde es so sein müssen, dass ich im Treffmoment mit meinen Händen etwas vor dem Ball bin. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ich will bei einem Eisen den Ball immer in der Abwärtsbewegung treffen. Beim Eisen will ich nicht mit meinen Händen hinter dem Ball sein, denn dann würde ich den Ball dünn treffen, fett treffen. Ich hätte sehr viel Gewicht auf der rechten Körperseite. Es würden keine guten Ballkontakte entstehen. Deswegen beim Eisen ist es vollkommen richtig, dass die Hände etwas vor dem Ball sind. Beim Driver allerdings sollte es genau andersrum sein, nämlich, dass die Hände im Treffmoment in einer ähnlichen Position sich befinden wie im Ansprechen. Wenn ich mich also beim Driver an den Ball stelle, dann achte ich erstmal darauf, dass der in der richtigen Position liegt. Und zwar unter dem Herzen, linke Brust, linke Innenferse in dem Bereich. Dann ist alles safe. Dann achte ich, darauf, dass ich breiter stehe, habe ich mehr Stabilität, stehe automatisch auch ein bisschen weiter weg, achte auf meinen Griff. Und jetzt achte ich noch darauf, dass mein Griffende in Richtung Bauchnabel zeigt oder Gürtelschnalle. Ist ja ziemlich identisch. Nicht jetzt zu weit nach hinten, dass es an der rechten Körperseite vorbeigeht, weil dann wäre die Schlagfläche geschlossen. Für viele Spieler ist das schon optisch ein großes Problem, wenn das Griffende in Richtung Bauchnabel zeigt. Und dann denken viele, okay, die Schlagfläche ist jetzt ja geschlossen. Ist sie aber nicht. Denn wenn man mal das Gegenteil jetzt macht, dass ich nehme jetzt mal die Hände nur ganz leicht nach vorne oder das Griffende, dann siehst du ganz deutlich, jetzt ist es gerade. Wenn ich es nach vorne nehme, öffnet es sich. Das heißt, der Ball würde tendenziell nach rechts wegdrehen. Also Griffende in Richtung Bauchnabel. Wenn ich jetzt den Ball schlage und ich verlagere mein Gewicht und alles passt und ich halte meinen Schläger fest und denke, ich muss im Treffen mit den Händen vor dem Ball sein, dann wäre die Schlagfläche offen. Sie könnte sich nicht mehr schließen. Also es käme kein Release mehr zustande. Der Ball würde nach rechts wegdrehen. Deswegen versuche immer die Idee zu haben beim Schlagen, das Griffende in eine ähnliche Position zu bekommen wie im Ansprechen. Das fühlt sich dann so an, als würdest du viel aus den Händen und Armen schlagen. Aber tatsächlich arbeitet auch dein Unterkörper mit. Ich schlage mal einen Ball. Ich mache es mal ein bisschen langsamer. Der war schön gerade, hatte eine gute Höhe und ging gut nach vorne weg. Ja, im Vergleich zu, ich schiebe den Körper rein, treffe den Ball mit einer offenen Schlagfläche und er dreht rechts raus. Ganz wichtig, denk dran, Griffende in Richtung Bauchnabel. Und ich zeige dir jetzt noch mal eine ganz simple Übung, die du auch jederzeit auf der Drei-Wing-Range trainieren kannst und dadurch wird es für dich vielleicht noch mal etwas deutlicher. Ich nehme dazu jetzt einfach mal den Korb. Ich kippe mal eben die Bälle aus. Ich stelle dir den Korb mal hier hin und nehme jetzt mal mein Eisensieben. Ich würde jetzt an dem Korb ansetzen. Ich haue den Korb nicht weg, sondern ich schwinge ganz langsam zurück zu dem Korb und sehe jetzt, wenn ich praktisch unten an der untersten Kante ankomme, dass die Schlagfläche gerade ist, weil meine Hände leicht vor dem Ball sind. Wenn ich jetzt meine Hände hinter den Ball bringen würde, dann würde ich sehen, dass meine Schlagfläche geschlossen ist, also nicht mit der unteren Kante gerade am Korb ankommt. Nehme ich jetzt den Driver, setze ich den auch unten an, gehe in meine Driver-Ansprechposition, hole jetzt aus und jetzt mache ich mal, dass ich den Schläger festhalte. Dann sieht man ganz deutlich, dass die Schlagfläche offen ist, weil meine Hände sehr weit vor dem Korb jetzt in diesem Fall sind. Und ich möchte ja, dass die Schlagfläche im Treffen square ist, also müssen meine Hände wieder in einer ähnlichen Position sein wie im Ansprechen. Dann sehe ich auch, dass die Schlagfläche, die untere Kante unten am Korb gerade angekommen ist. Das kannst du an einem Korb machen, das kannst du an einer Golftasche machen, das kannst du an einer Wand machen. Achte nur immer darauf, wie ist dieses Bild, versuch dir das einzuprägen und dadurch kriegst du dann ein wesentlich besseres Empfinden dafür, wo deine Hände bei dem jeweiligen Schläger sein müssten. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Wenn du gerne noch mehr über Golf wissen möchtest, dann würden Christoph und ich uns freuen, wenn du unseren Golfstunde-Podcast abonnierst. Den bekommst du auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Dort reden wir jeden Freitag über alle möglichen Themen rund ums Golf. Vielen Dank, viel Spaß beim Trainieren mit deinem Driver und ja, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Länge.